Ohne den Wolf, ich geh einfach querfett ein jetzt, ist mir scheißegal. Wenn der Wolf kommt, hab ich ihn in die Schnauze. So sieht das aus. Mitte in die Fresse. Da ist der Bär, der olle Sack. Den werd ich von hier oben abschießen. Mit Pfeil und Bogen, oder was? Digga, reiz ihn nicht. Da ist doch dein Loot drin, oder nicht? Beim Bären, oder was? Hallo? Warum kommt, wie kann er denn, äh, 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 den Berg hochkommen? Du weißt, er ist ein fliegender Bär. Ja, ich bin jetzt grad bei dem Teil in der Mitte. Das ist echt wirklich, da hat sich einer in der Mitte, mitten im See hat er sich eine Festung gebaut. Ohne Scheiß, hier hat einer echt Mauern gezogen und alles mögliche, mitten im See. Wie viele Pfeile hatten wir letztens bei ihm raufgemacht, bis er gestorben ist? Oh, er ist tot, er ist tot. Ich hab ihn umgebracht. Echt? Okay, ich komm jetzt durchs... Guck mal bitte aufs Wasser. Da komm ich gerade, das ist eine Horde Zombies. Siehst du mich? Kommst du... Ich komm direkt durchs Wasser. Noch seh ich dich nicht. Ich hoffe, ich renne in die richtige Richtung. Aber ich glaub... Aber ich bring vielleicht ein Zombie mit. Bist du da oben, oder ist das... Ah, da bist du, ich seh dich. Ja, dann bist du das. Genau, ich komm mal runter. Ja. Der Bär ist tot, ich weiß nicht, wo du genau drinne warst. Okay, ich weiß es auch nicht mehr genau. Also hier ist der Bär. Und der war hier irgendwie am Machen. Okay. Muss ja hier auch irgendwo rein theoretisch mein ganzer Lut sein. Ich war hier gerade am Bären pflücken und dann kam der Bär an. Psss, 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 psss. Keine Chance, Digga. Das werden wir nicht finden. Hast du mehr rechts, oder? Keine Ahnung, man. Ich stand hier irgendwo in diesen Blackberry-Sträuchern. Scheiße. Ich weiß aber nicht mehr, wo, ey. Wo ist ein Zombie? Wo bist du? Der hat nur eine Unterhose an. Ich hab ihn zweimal, ich hab ihn auf die Fresse gehauen. Er ist tot. Vielleicht kann ich den Lut so besser sehen, aber ich stand hier eigentlich irgendwo einfach drinne. Und hab hier gerade Bären gesammelt und wollte dann was essen und auf einmal stand er hinter mir. Also wie gesagt, der Bär, wo ich ihn gesehen hab, war hier vorne im Gebüsch. Wo bist du? Hier, am Wasser. Ah ja. Ich bin der Meinung, hier unten war ich irgendwo drinne, aber wenn das Loot da echt unten drinne liegt, dann kannst du das knicken. Das siehst du nicht. Gerade auch jetzt, wenn es dunkel ist. Ah, ist das scheiße. Scheiße ist auch, dass du, wenn du Tab guckst, um in die Umgebung zu schauen, nicht weiterlaufen kannst. Genau. Ne, man, ich glaub, ich stand, glaub ich, eher hier oben irgendwo, aber. So, ich muss mir erstmal ein paar Blackberries reinziehen, sonst. Das kann auch nicht sein. Hier sind Blackberries. Hier ist doch nicht, dass es nicht downloaden kann. Ja. Komisch. Oder warst du hier in dem Gebüsch drinne? Irgendwo hier muss es auf jeden Fall gewesen sein, aber ich hab keinen Plan, wo. Ich weiß es echt nicht mehr genau, liegt das so unten im Wasser? Ne, das ist der Zombie, den ich gerade umgenascht hab. Ich hab nur noch drei Pfeile. Echt? Ja, dann müssen wir hier mal weg. Scheiße, Mann. Es ist auch dunkel, man sieht auch nichts, ey. Das ist... Ich weiß, ich stand auf jeden Fall irgendwo, wo hier die ganzen Blackberries waren. Und dann stand ich da drin, ey, ganz entspannt, hab mein Lieben genossen. Und dann kam der Scheißbier. Hier. Auch ein toter Zombie. Wir haben nur eine Mütze. Oder war das hier eher links? Das kann auch links... Ich weiß das ja nicht. Irgendwas sehe ich, höre ich hier. Ja. Achso, bei dir ist er. Ja. Ich hab ihn umgehauen. Das wird die Suche nach dem verlorenen Loot. Aber es wird nichts werden. Wo ist er denn schon wieder? Ich bin... Ich bin nackt. Ach, da ist er. Deine Machete ist schon nicht schlecht, du. Die schnetzelt gut weg, ja. Ich bin, glaub ich, von hier über den Berg gekommen. Genau, und dann haben wir hier dieses Zombie-Meer gesehen. Und dann bin ich einen Tick nach rechts gegangen. Hier ist ein Zombie. Mann, das ist so eine blutverschmierte Tasche. Die muss doch mal... Muss doch zu finden sein, ey. Dann bin ich hier runter. War ich so weit schon rüber? Hier liegt noch was. Das ist auch nur ein Zombie. Ich weiß nicht, ob du mehr links oder mehr rechts warst. Ich hab echt keinen... Nee, ich glaube, ich war mehr rechts. Aber ich weiß es nicht. Ist ja auch scheißegal. Wir finden es nicht wieder. Lass uns weitergehen. Wo waren wir denn hin? War der geradeaus, oder? Ja, wenn wir hier über die... Über das Wasser gehen, dann war auf der anderen Seite waren ein paar Häuser und sowas. Okay. Ich würde sagen, da gehen wir mal hin. Wo finde ich dich denn wieder? Ich bin am Wasser. Ah, da. Okay. Die Zombies, die sind überall. So, und dann... Genau, das da in der Mitte, das Schwarze, das ist eine Festung. Da hat sich echt einer so eine Festung gebaut. Und ich würde sagen... Oder lass mal links hoch da oben Richtung Kirche. Ich will auch eine Machete. Eine Machete. Ich glaube, der ist in der Falle. Jedoch nicht. Wichsen hier alles um einfach. So, und dann... Ja, genau. Dann gehen wir da mal den Berg hoch. Zu der Kirche. Ja, auch. Ist er wieder da? Ja, ist er. So. Scheiße, das mit dem Loot ist ein bisschen ärgerlich. Aber egal. Kann man ja nicht machen. Wir haben es probiert. Oh, Digga, Headshot. Ist da los. Ich nehme jetzt seine rote Mütze. Ist mir egal. Ich nehme seinen Pfeil, den er im Kopf stecken hat. Wenn ich den mal kriegen könnte. Nee. Ja, das ist noch so ein bisschen irgendwie verpackt, finde ich. Dass du die Pfeile wieder kriegst. Das kriegst du mal ein oder so, aber... Mach ihn. Hau ihn nieder. Die haben auch immer nur Mützen oder sowas, aber keinen vernünftigen Loot am Start. Ist das jetzt hier oben eine Stadt, oder? Nee, ich glaube, das ist nur eine Kirche. Nur eine Kirche. Digga. Ach, voll viele Zombies hier. Oh, mein Bogen ist gebrochen. Echt jetzt? Ach, du Arzt. Das habe ich nur noch im Messer. Digga, hier ist Muni und Wasser und sowas an dem Radio. Was passiert, wenn man dieses Emergency Crank Radio nimmt? Quasi, ne? Kannst du damit was anstellen, oder? Nö. Kann ich nicht. Alter, ist das voller Zombies hier, wa? Ja. Das ist ein Zombie mit einer Gasmaske. Komm, wir schnetzeln uns durch die Zombiemassen hier. Boah, Digga, du darfst nicht so weit von mir rumrennen, sonst köpfen wir uns gegenseitig. Okay, wo bist du? Hinter dir einen Meter. Hallo, Fotze. Au. Gucken wir mal, ich decke hinten, hinten kommt einer, ich hau ihn um. Okay, jetzt, wir sind wieder sauber. Hier ist eine Axt und eine Dose Essen. Dose Essen nehme ich mit. Die Axt rüste ich auch erstmal aus. Digga, was ist denn das für Mucke? Ah, sie frisst mich. Ich bin am blieben, ich bin am bluten. Ja, dann verbinde dich, ich versuche hier ein bisschen. Oh, Digga, wir haben hier eine echte Zombie-Horde angelockt, ey. Wollen wir weggehen, oder? Ja, warte, lass uns mal hier hinten runter. Ja. Digga, da unten, ich weiß nicht, ob das ein, das sieht aus, als wäre das auch gecraftet von jemandem. Ach, Quatsch. Digga, wie viele... Doch, weil das da so eine Rampe hat. Oh, die Zombies kommen, lass uns mal flüchten. Das sind uns jetzt ein bisschen zu viel an Zombies, ne? Ja. Das ist eine Höhle. Wollen wir es riskieren? Hier haben bestimmt schon so viele Leute ihre Basis drin gebaut. Gehen da auch nicht rein, das ist zu gefährlich. Okay. Lass uns hier mal runtergucken. Da sind zwar auch Zombies, aber... Lass noch mal einen Happen. Stimmt, siehste, könnte ich eigentlich auch mal, ne? Ja. Zombies von hinten. Aber jetzt wird es langsam wieder hell. Ne, ich glaube nur, dass außen hier dieses kleine Ding da ist, äh... Von D. Gecraftet. Wollen wir mal reingucken, oder? Würde ich sagen, oder? Position D6. Wo sind wir denn jetzt? D6. Ach, das ist dieses Lager. Alter, die Achse ist so für den Arsch, ey. Da muss ich viermal draufkloppen, bis ich den... Ich bin noch Krab, ey. Da ist ein Wolf. Wir gehen gleich rein, oder? Ach, hier hat das einer versperrt. Was soll denn die Scheiße? Ne, jetzt hat einer hier die... Das ist ein offenes Tor, da kann man nichts machen. Nicht schon wieder ein Wolf, ey. Ja, ich habe ihn aber... Ich habe ihn umgehauen. Alter, Alter. Alter, weißt du, wie viele Zombies hier sind? Leck mich am Arsch. Lass uns links laufen, oder? Ja, würde ich sagen. Oder wollen wir da mal reingucken? Militärbasis hier. Ja, irgendwie interessiert mich... Da oben brennt eine Fackel in der Luft. Irgendwie interessiert es mich auch, was da drin ist. Wir gehen da jetzt einfach gucken. Ich hole den Sheriff. Den Typ mit der roten Mütze. Und den letzten. Ich blute schon wieder, ey. Echt? Wenn man blutet, ja, geht man tot so langsam, ne? Ja. Warum mit den Klamotten, ey? Zerreißen können. Lass uns mal aber zusammen in die Häuser gehen hier. Oben? Oben. Hier oben ist aber nichts. Bleib mal unten, kannst unten weiter gucken. Hier ist nichts. Hier ist gar nichts, ne? Hört sich ein bisschen so an. Hört sich ein bisschen so an. Gibt's hier schon Fahrzeuge? Wo gehst du hin, Sascha? Wo gehst du hin? Mal gucken. Mal gucken. Oh, da rennt ein Spieler. Da rennt zwei Spieler. Wo gehst du hin? Komm, man, komm. Are you friendly? Komm! Of course we are friendly, man. We didn't have anything. We are just newbies. What did you say? We are newbies. Huh? We are newbies, man. Okay. Of course friendly. Okay. Have a nice day, man. Thank you. You too, man. Scheiße, die rosa Wand an, ey. Wir werden uns hier auch, glaube ich, ganz langsam verpissen. Ich trau den Typen nicht. So wie es aussieht, lassen wir uns aber in Ruhe. Hallo. Alter, ist der aggressiv. Ich glaube, ich bin kurz vorm Nibbeln, ey. Echt jetzt? Ich muss mich wieder verbinden, ey. Ich brauche irgendwas anderes. Okay. Okay, okay.